So Leute, hallo und herzlich willkommen zum Kameratracking-Video. Wir werden uns im Teil 1 das Kameratracking anschauen. Dort werden wir ganz einfach ein bisschen mit dem Video spielen und werden dort jeweils die Tracking-Punkte setzen. Ich werde euch ein bisschen was dazu zeigen. Und im zweiten Teil werden wir uns mit dem Object-Tracking beschäftigen. Und was im Endeffekt das gleiche ist wie das Kameratracking, nur je nachdem, wenn man halt schon das Video selbst Kameratracking-Trak, dann braucht man natürlich das Object-Tracking, um eben dort separate Objekte zu tracken. Gut, dabei wünsche ich euch erstmal viel Spaß. So, wie gesagt, im ersten Teil soll es um das Kameratracking gehen. Und dafür gehen wir erstmal beim Motion-Tracking rein. Kurze Information noch, das ist die offizielle 2.67a-Version von Blender.org. Jetzt vom Ende Mai 2013 und die funktioniert dafür schon ziemlich gut. Ich habe es schon mal anklingen lassen, dass die Versionen von Graphicall.org aus irgendeinem Grund ein bisschen instabil laufen. Beim Tracking vor allen Dingen. Und deswegen nehme ich da die offizielle, ja, ich sage mal unberührte Version. So, ich lade mir mein Footage rein. So, es müsste das hier sein. Genau. Das ist in Full HD aufgenommen. Ich will euch ja ein bisschen was dazu erzählen jeweils, deswegen fangen wir hier gleich an. Ihr solltet immer schauen, dass ihr auf jeden Fall die bestmöglichen Lichtverhältnisse habt. Man sieht jetzt hier, denke ich mal, dass man das sieht, die Sonne ist schon leicht am untergehen. Und es war eigentlich sehr wechselhaftes Wetter. Das heißt, ich habe hier mit der Chef in den Spazierwagen gemacht. Und ja, auf einmal kam dann die Sonne raus. Da sage ich, hey, nimm schnell die Kamera und nehme ich mal auf. Ich wollte das Ganze mich noch eigentlich fürs Object-Tracking verwenden. Aber wenn ich jetzt hier ranzoome, dann sehe ich, das ist ein relativer Pixelsalat. Und deswegen nehmen wir es jetzt nur mal fürs Kamera-Tracking. Und man wird hier auch sehen im Laufe des Tutorials, dass das Ganze ein bisschen verblurrt ist. Also man sagt dann so blurry Footage. Das heißt, wenn das anfängt ein bisschen zu schwimmen zwischendurch das Bild, weil die Kamera sich zu schnell bewegt. Deswegen schaut immer, dass ihr beste Lichtverhältnisse habt, weil umso stärker das Licht ist, was reinfällt, umso mehr brennt sich das rein in den Bildprozessor. So kann man sich das vorstellen. Umso heller das ist, umso mehr brennt sich das rein. Und umso schärfer wird das dann auch. Gut, soweit erst mal. Was wir jetzt noch machen, bevor wir hier jetzt tracken, wir schauen uns den Arbeitsspeicher an. Unter System, unter User Preferences System, schaut ihr unten nach, dass ihr genug Speicher habt. Das ist, glaube ich, ein relativ kurzer Clip. Das könnte ausreichen, 6 GB. So, dann schauen wir uns erst mal an, wo das ganze Ding aufhört oder wie weit wir es tracken wollen. So, sagen wir einfach hier ungefähr, da kneift er die Augen zu. Drücken wir die Taste E für Ende. So, und jetzt einfach mal Alt A. Und wir sehen, wie sich hier der Balken füllt. Und wenn der in der Farbe bleibt, dann lädt er das auch alles in den Rahmenspeicher. Hier zwischen sind schon ein paar Frames geladen. Das machen wir, damit das nachher alles super schnell läuft. Ansonsten braucht ihr auch wesentlich länger zum Checken. Gut, das ist alles drin. Gut, dann fangen wir einfach mal an. So, was ich jetzt hier schon weiß, was ich euch gerade schon gesagt habe, es ist ein bisschen verschwommen teilweise. Wir werden sehen. Was ich erst einmal mache, also hier links sind die Tracking Settings. Das heißt, das sind die Voreinstellungen. Das heißt, wenn ich hier was einstelle, wird jeder neue Tracker mit diesen Voreinstellungen geboren, sage ich mal. Das heißt, ich stelle gleich immer die Correlation hoch, weil die ist mir generell eigentlich immer zu wenig. Hier jetzt wird es ein bisschen schwer bei dem Footage, aber wir versuchen es mal mit diesem Wert. Also ein Wert von 1.0 wäre eben, dass das eine Bild mit dem nächsten komplett übereinstimmen müsste. Das Bild, was der Tracker sieht. Und das haut natürlich nie ganz hin. 88 ist jetzt schon ein bisschen gewagt für ein Blurry Footage. Wir werden sehen, wie es funktioniert. Normalize schalte ich ein. Normalize ist im Wesentlichen dafür, um, ja, wenn zum Beispiel man einen wandernden Schatten hat, also der tut halt so gewisse hell-dunkel Sachen ignorieren. Ja, also das kann helfen, wenn man gerade beim Object Tracking, wenn sich so ein Objekt bewegt und dort eben dann Schattenläufe entstehen, dann kann das extrem helfen. Also gerade wenn man, ja, ich glaube, das werden wir dann schon noch sehen. Oder ihr werdet es merken. Generell gilt immer, wenn es irgendwie nicht weitergeht und ihr wisst nicht, was ist los und warum will der Tracker nicht richtig, dann dann mit oder ohne Normalize probieren. Es kann auch sein, dass der Normalize euch daran hindert. So, was haben wir noch? Pre-Pass, weiß ich jetzt gar nicht, schauen wir gerade mal rein. Gut, Pre-Pass ist bei mir immer eingeschalten, kann ich euch jetzt nichts sagen. Allerdings habe ich da, ich habe da schon ein paar Mal ausgeschalten, da wird nichts wesentlich besser, das wird eher schlechter, kann man eingeschalten lassen. Gut, das lassen wir erstmal alles so fürs Erste. Was wir hier gleich machen, wir stellen gleich mal auf Lock-Rod-Scale um. Die einzelnen Sachen sind hier Lock, also für Location, Lock-Rod, ihr kennt das, also für die Position und eine Rotation. Das heißt, wenn ihr einen Punkt habt, der sich vielleicht ein bisschen dreht, also zum Beispiel dreht die Kamera ein bisschen oder lauft um ein Objekt rum und es verdreht sich perspektivisch, dann sollte man halt auch die Rot drin haben, die Rotation bei der Location. Lock-Scale wäre dann einfach nur, wenn man auf ein Objekt relativ gerade zugeht und das größer wird, dann wird nämlich der Pattern auch automatisch größer oder der Tracker, ich sage dann Pattern oder Tracker, gewöhnt euch dran. Lock-Rod-Scale ist dann eben alles zusammen und ich sage mal, warum nicht. Also das funktioniert ganz gut. Zu den anderen kommen wir dann noch. Gut, dann fangen wir gleich mal an zum Tracken. Ich würde sagen, da hinten der Kamin schaut gut aus. Nehmen wir uns da die Ecke. So, warum nehme ich jetzt die Ecke? Da wird ja auch immer so philosophiert von wegen, naja, der hält sich dann an der Ecke fest und so weiter. Das ist nicht ganz richtig. Also der nimmt sich schon das komplette Bild. Ja, das versucht er wieder zu finden, so wie wir es hier rechts sehen. Was ich allerdings mache, ich suche mal solche Ecken aus einem zweiten Grund noch raus und zwar, dass wenn ich den mal wieder manuell hinrücken muss oder ich schauen möchte, fängt der an zu wandern im Laufe des Tracks, dann habe ich hier für mich meinen Bezugspunkt. Ich weiß, ich habe den an die Ecke gesetzt und wenn ich den jetzt hier setze, dann bin ich mir nachher nicht mehr sicher, ist es das jetzt gewesen oder nicht. Von daher kann man sich sowas dann durchaus angewöhnen. So, hier lassen wir uns noch die Search Area einblenden. Das ist auch immer ganz wichtig. Und mit der Taste L locken wir das Ganze und schließen das hier und tracken mal. Tracken wir, ich würde sagen, für den Anfang auf Realtime, aber nachher dann wahrscheinlich auf Fastest. Ich habe früher nur Realtime getrackt, aber mittlerweile habe ich mir das auch angewöhnt, das auf Fastest zu machen, wenn man dann ein bisschen mit den Trackern sich auskennt. Dann kann man da schon stärker darauf vertrauen. Ich hatte das hier vorher mal getrackt mit neuen Trackern, einfach zum Testen, weil es doch teilweise sehr, also nicht so gut das Videomaterial ist. Und da war ich in, ich glaube, in 10 Minuten mit der kompletten Szene fertig. Also das ist auf jeden Fall easy. So, der hat auf Anhieb durchgetrackt. Dann drücken wir Taste L, dass wir mal wieder loskommen. Und gehen zurück und suchen uns einen anderen Punkt. Was nehmen wir denn? Lass uns mal schauen. Was ich zum Beispiel nicht nehme, ist der Punkt hier, weil der Punkt sieht diesem hier ziemlich ähnlich. Und dann neigt er immer dazu, rüber zu springen. Das ist nicht so gut. Wir können ja mal, wir machen mal noch was Einfaches. Und zwar das hier. Die Ecke da ist gut. Die ist gut. Aber da habe ich schön viel Kontrast drin und sogar noch Farben. Was will man mehr? Könnte ich sogar die Search Area ein bisschen kleiner machen. Dann geht es noch schneller. Und da stellen wir jetzt nochmal auf Fastest. Und ab geht's. So, hier hat er sich verloren. Ja, das ist wegen der Search Area. So, das ist doch mal nicht schlecht. Schauen wir mal gerade rein. Locken wir mal mit der Taste L. Und schauen wir einfach mal rein. Und das rennt perfekt durch. Gut. Dann nehmen wir noch einen einfachen vielleicht. Ich schaue gerade mal. Der hier müsste ziemlich gut gehen, wenn wir uns dort auf den Zacken von der 3 einklinken. Hier werden wir jetzt mal ein bisschen größer machen. Und ein bisschen mehr uns dieser 3 annähern. Und Taste L. Sind wir drin gelockt. Auf geht's. Kein Problem. Sofort durch. So, dann schauen wir uns mal das hier unten an. Den Mülleimer. Mal schauen wir mal, wie er den findet. Ja, da ist... Da geht's schon los. Das wird so nix. Wir machen das Ganze ein bisschen anders. Und zwar nehmen wir jetzt hier für diese Situation... Er hat hier vielleicht ein bisschen wenig Kontrast zum Festhalten. Also... Wenn sowas ist, dann immer schauen. Das ist an und für sich ist es hier ein flaches Bild. So wie eine Textur. Und bei so einem Fällen greife ich dann ganz gerne zum perspektivischen Tracker. Weil der versucht immer, dieses Bild so original wiederzufinden. Also ein bisschen anders. Also wie die genau rechnen, keine Ahnung. Ich kann euch bloß sagen, wie ich das in der Regel mache. Und das funktioniert. Und den setzen wir jetzt mal auf Double. Also doppelte Geschwindigkeit. Und schauen da mal. Und das rennt. Also der ist wirklich Wahnsinn, der perspektivische Tracker. Geht super durch. So. Zurück. Machen wir es dem perspektivischen vielleicht mal ein bisschen schwerer. Und nehmen mal den Punkt da. Machen den dafür einfach ein bisschen größer. Und gehen wieder auf Perspektive. Wir sehen jetzt läuft das Ganze schon langsamer. Läuft mal ein bisschen zu langsamer. Ich breche ab und skaliere ihn nochmal ein bisschen kleiner. Das sollte funktionieren. Der vergrößert sich sowieso automatisch, die Search Area. Und ihr seht, das funktioniert ganz gut. Hier das Bild bleibt fast komplett ruhig. Ist wirklich... Echt ein ganz fetziger Tracker. Allerdings braucht er schon auch Kontraste. Also... Hab ich so gemerkt. So. Machen wir an der Stelle mal ein bisschen kleiner. Ja, also der braucht... Umrisse, würde ich sagen, braucht er. So. Ich weiß nicht, wandert der aus dem Bild komplett? Ne, eigentlich nicht. Das heißt, wir formen ihn einfach ein bisschen um. So. Weiter geht's. Und ihr seht, wir haben noch nicht einmal irgendwie was selber hinsetzen müssen per Hand. Warum auch? So. Was mache ich jetzt? Jetzt will ich dort den Baum tracken. Ganz einfach, weil ich es kann. Gehe ich dort hin. Und dann schauen wir mal, was der sagt. Wir bleiben mal auf Log Road Scale. Dabei Geschwindigkeit passt. Ja, Wahnsinn. Ja. Das könnte allerdings die Search Area gewesen sein. Wir machen einfach mal den kompletten ein bisschen größer. Das ist immer so ein... Ja, nee. Das... Was ist da los? Das könnte jetzt... Ja. Nee. Das... Das wird nichts. Und doch wird's was. Also ich habe mittlerweile mir das angewöhnt, die Tracker gar nicht mehr... Also wenn die nachher ausreißen oder irgendwas passiert, habe ich mir angewöhnt, die gar nicht mehr... irgendwie manuell hinzusetzen, sondern einfach nur zu schauen, was ist. Größer, kleiner skalieren. Alles kein... Problem. So. Könnt man... Das könnte man noch tracken. Das Auto könnte man eigentlich tracken. Schauen wir mal, ob der das uns gestattet. Schauen wir mal, ob der das uns gestattet. Und wir haben ihn wieder. Sehr schön. So geht das hintereinander weg, wie beim Brezelbacken. Könnten wir noch... Wir müssen immer schauen, dass wir ein bisschen das Ganze verteilt haben. Vor allen Dingen brauchen wir Sachen, die nahe sind. Deswegen habe ich den hier. Und wir brauchen Sachen, die weit entfernt sind. Wir könnten hier auch noch vielleicht so eine Pflanze. Müssen wir mal schauen, dass wir uns da irgendwas setzen, was wir auch selber wiederfinden. Das hier ist, glaube ich, ganz gut. Weil sonst tracke ich da auch in dem Busch rum oder so. Keine Ahnung. Schauen wir mal, wie der läuft. Aber ich glaube, den müssen wir ein bisschen größer machen. Und der läuft. Ja, da... Okay. Die sind relativ genau, diese Tracker. Das ist echt spitzenmäßig. Allerdings sehen wir auch, dass die dann häufig anfangen zu springen. Da gehen wir jetzt mal, wenn wir so ein bisschen eigenartiger sehen. Situationen haben. Wir könnten den natürlich größer skalieren. Wir versuchen es mal mit Affin. Und tracken mal weiter. Und schauen wir ihn an. Ups, komm her. Attract. Perfekt. Durch. Also das Affin. Ich habe jetzt zum Beispiel bei dem Vorspann, den ihr gesehen habt, habe ich sehr viel mit dem Affin gearbeitet. Weil der wirklich... Ich habe da schon ein Gesicht mal ein bisschen mitgetrackt. Ihr braucht keine Marker mehr. Es ist wirklich Wahnsinn. Oder den Finger, den ihr seht, womit ich dort diesen Effekt erzeuge. Im Vorspann. Ich habe keinen Marker am Finger gehabt. Das brauchst du einfach nicht mehr. Also ein bisschen rumspielen und dann läuft das schon. So, wie viel haben wir denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Ich weiß nicht. Wie viel haben wir denn? Sieben Tracker haben wir. Gut, wir könnten jetzt natürlich hier noch... Das ist sowieso gar nicht so schlecht, die Idee. Aber wenn... Ich nehme, glaube ich, den hier. Schauen wir mal. Und, ja, tracken einfach mal den normalen Lock-Code-Scale durch. Locken, sonst sehen wir nichts. Na, geht sich das noch aus? Ja, geht sich aus. Die Frage war ja auch gewesen, was passiert, wenn... wenn ich Tracker habe, die verschwinden? Ja, also ich habe das... Ich habe letztens ein kleines Video gemacht. Ein privates. Also es ist auf nicht gelistet geschalten. Ich weiß nicht, sollte ich das zeigen? Ich kann euch das eigentlich mal ganz kurz zeigen. Ich mache einen kurzen Schnitt. Moment. So, wir befinden uns jetzt hier auf dem Video. Zeige ich euch einfach kurz. Egal. Das sollte ein ganz gutes Beispiel hier sein. Wo nämlich ständig Tracker verschwinden und wieder auftauchen. Und das im Endeffekt aber egal ist. Ja, das hier ist halt, ne? Also das ist vorher. Das ist nachher. Die Tür ist von der Innenseite auch nachmodelliert. Ja, und das zum Beispiel. Also ich habe hier zum Beispiel dann hinten was getrackt. Ja, mehrere Tracker. Dann hier noch ein paar Tracker. Und man muss halt immer schauen, dass wenn sich das Bild nachher bewegt und dreht, so wie jetzt, man muss einfach zu jeder Zeit immer acht Tracker haben. Egal wo die sind, die sollten natürlich immer so perspektivisch wie möglich sein. Ja, ist schon klar. Ja, aber im Endeffekt ist wichtig, dass ihr immer acht Tracker habt zu jeder Zeit. Weil natürlich diese ganze Umgebung rechnet der Computer natürlich als stillstehendes Modell. Und wenn jetzt Sachen aus dem Blickfeld geraten, dann berechnet er diese Position anhand der anderen. Ja, also er setzt die ganz einfach ineinander in Bezug. Deswegen ist es wurscht, wie viele Sachen da nachher aus dem Bild geraten. Ja, solange man die vorher schon mal getrackt hat und das halbwegs sauber ist, dann ist das auch gar kein Problem. Und dann kann das auch richtig Spaß machen. Also man kann da richtig, richtig große Sachen komplett tracken. Und man kriegt richtig wie eine kleine Landkarte, wenn man sich die Sachen dementsprechend setzt. Das ist wirklich, kann richtig Spaß machen. So, und der technische Ablauf, was wir jetzt hier haben, wir haben jetzt hier Kamera Tracking. Im Endeffekt ist das aber genauso gut auch ein Object Tracking. Dann ist halt dieser ganze Bereich ein Objekt. Also natürlich ist es laut Definition was anderes, aber die Technik dafür ist dieselbe. Also deswegen macht man, wenn man jetzt hier zum Beispiel ein Objekt hätte und möchte nur, oder hier jetzt mich ja im Bild, und ich möchte das tracken, nur das, nur die Person, dann ist das auch ein Kamera Track wie ein Object Track, ist dann genau das Gleiche. Das Object Tracking ist im Wesentlichen dafür, dass ihr, kann man ja hier ein Object, so, zack, mache ich noch ein neues auf, habe ich jetzt ein Objekt, dann ist die Kamera, die Umwelt, oder der Kamera trackt die Umwelt, und dann habe ich halt, je nachdem hier noch ein Objekt, oder was weiß ich, das Auto fährt los, und ich will da was anderes draus machen, dann ist das halt auch noch ein Objekt, kann ich da, wenn ich will, Objekte dazu machen, kein Thema. Das ist eigentlich der Unterschied dazwischen. Deswegen in der Vorschau zum Beispiel, das war eigentlich auch kein Object Track, sondern ein Kamera Track. Wie auch immer. So, wie fahren wir denn jetzt? Jetzt haben wir hier, schauen wir mal drauf, achte, dann machen wir noch einen, für den guten Willen. Was könnten wir denn noch machen? Vorne, hinten, wir haben eigentlich ganz gut aufgeteilt, wir könnten hier vielleicht noch, nehmen wir den hier mal, den nehme ich da am äußersten Eck. So, natürlich ein bisschen größer ziehen, weil der ist ja perspektivisch verzogen, und da sollte man schon schauen, dass man ein bisschen mehr Auflagefläche hat. Und den könnten wir dann als perspektivischen wieder machen. Ja, genau. Ich überlege gerade was. Ich muss ja mal schauen, was kann ich euch erzählen dazu, weil da gibt es echt schon sehr viel zu erzählen. Im Wesentlichen ist das zwar teilweise ein bisschen blurry, aber nicht wirklich viel. Bei dem Vorspann, den ich euch gemacht habe, das Einleitungsvideo, da war es wirklich sehr blurry gewesen. Da war es teilweise komplett verschwommen, wie ich dann das Gerät hin und her geschwungen habe am Anfang. Um quasi die komplette Perspektive zu kriegen, habe ich am Anfang das einfach Offscreen, also beziehungsweise lief zwar die Kamera, aber das habt ihr nachher nicht gesehen, habe ich das komplette Gerät mehrfach gedreht, um das besser tracken zu können, um halt den Startschuss, also die ersten Frames, sauber zu haben, und danach schauen wir mal so ungefähr. Aber ich habe halt unterschätzt, dass so wenig Licht da war, dass das Ganze sehr schwammig geworden ist, sehr verzogen. Und trotzdem wurde das getrackt relativ problemlos. Und zwar ist das so, dass jetzt ihr dann das Bild ja komplett verschiebt. Und dann geht ihr von Key auf Previous Frame. Und dann passt ihr das Ganze dem an. Das heißt, ja, wie willst du das wieder am besten erklären? Beim Keyframe-basierten habt ihr jetzt ein Bild, was ihr habt. Wir machen jetzt hier, weil wir das manuell gesetzt haben, ist hier ein Keyframe gesetzt. Und er wird jetzt auf Teufel komm raus versuchen, das so wieder zu finden. Wenn aber irgendwelche Sachen passieren, zum Beispiel, dass jetzt hier der Schatten wandert, ja, sagen wir es einfach mal, dann verändert sich das Ganze leicht. Und das kann eben schnell so weit kommen, dass er das eben nicht mehr wiederfindet. So, und ihr ärgert euch nachher, da geht nichts weiter. Dann schaltet ihr auf Previous Frame. Weil dann sagt er, ich versuche jedes Mal nur den letzten Frame zu finden. Also wenn ich bei Frame 20 bin, dann versuche ich halt Frame 19 zu finden. Also so wie das Bild bei Frame 19 ausgeschaut hat. Das sind aber Härtefälle. Und die fangen dann auch teilweise an zu wandern bei Previous Frame. Deswegen, solange es geht, immer auf Keyframe bleiben. Aber wenn ihr ein Blurry-Footage habt, dann ist das echt richtig geil, wenn ihr da umstellt. Und das funktioniert dann wirklich unglaublich gut. So, jetzt ist ja genug gelabert. Hier habe ich perspektivisches eingestellt. Schalten wir rein. Ja, wir sehen, der verzieht sich teilweise nicht wirklich so, wie es sich gehört, beim perspektivischen. Aber damit können wir leben, weil er ansonsten wirklich super ist. ist gleich fertig. Können wir die Search Area noch ein bisschen kleiner machen. Geht schneller. Sehr sauber, sehr gut. Gut. Also ich habe auch wirklich schon komplett eintönige Untergründe gehabt und habe dann ganz einfach so einen großen perspektivischen drauf gemacht. Und das hat dann auch funktioniert. Wenn er dann die Kontraste findet, also wenn er halt hier so eine Kontraste findet, dann ist das, ja, oder beziehungsweise wenn er nichts findet, macht es ihn größer und dann funktioniert das auch. Ich werde mir ja hier hinten noch den checken. Erstmal zurück. Sind wir schon? Ne, sind wir nicht. So, da mache ich jetzt den den Affin, aber da ist nicht so viel zu sehen. Wahnsinn. Das ist wieder der große Sprung, wo die Kamera zu sehr gewackelt hat. Da ziehen wir einfach die Search Area größer. Gut. Fertig. So und so schnell. Ich habe es jetzt noch ewig herum erklärt, aber so schnell ist das ein und für sich fertig getrackt. Das heißt, der nächste Schritt wäre eigentlich die Kamera Settings. Was wir jetzt noch machen können, um die Berechnungen genauer zu machen, wir könnten noch sagen, hier den ersten Bereich, nehmen wir vorne noch irgendwelche Daten, beziehungsweise müssen wir schauen, wo wir uns seitlich bewegen. Könnten wir hier zum Beispiel noch ein paar Tracking-Punkte setzen, aber ich belasse es erstmal dabei und schaue mal, wo wir hinkommen. Das heißt, als nächstes werde ich jetzt die Kamera Settings einstellen. Und zwar Kamera Data. So, meine Kamera ist bei den Camera Presets drin. Ansonsten müsst ihr halt den Bildsensor raussuchen von eurer Kamera. Müsst ihr halt im Internet schauen oder in der Beschreibung. Bei mir ist es die Nikon 3100D. Aufnahmen mache ich generell eigentlich immer mit 18 Focal Length, ist aber komischerweise immer 18,8 oder 18,3. Na ja. Gut, das reicht mal zu den Kameraeinstellungen. Schon fertig. Jetzt müssen wir uns noch zwei Frames aussuchen, wo wir die meiste Perspektive haben. Das heißt, stellt euch vor, wenn ihr irgendwas modelliert, wie ein Auto oder ein Gesicht zum Beispiel, dann wechselt ihr auch immer zwischen der Vorderansicht und der Seitenansicht. Und das macht ihr deswegen, damit ihr eben einmal habt ihr die Breite und die Höhe. Und wenn ihr von der Seite schaut, habt ihr dann noch die Tiefe. Und Blender braucht das auch beim Tracken. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, wo haben wir so viel wie möglich Seitwärtsbewegungen. Und zwar eigentlich hier. Also sagen wir mal, der zweite Frame ist 426. Hier beim Solve gehen wir ungefähr auf 400. und dann eigentlich relativ am Anfang. Nehmen wir die 19 ungefähr. Das passt dann schon. So, was jetzt noch ist, und zwar haben wir normalerweise bei der Lens Distortion gibt es einen Wert. Ich glaube, den kann man sich auch raussuchen für seine Kamera. Das habe ich, oder fürs Objektiv. Das mache ich normal nicht. Was ich hier immer mache, ich stelle den immer irgendwo hin. um Blender anzuregen, den dann selber zu suchen. Man muss es hier beim Refinement natürlich noch einstellen. Gehe ich immer auf Focal Length K1, K2. Das sind diese beiden Distortion-Werte hier noch zusätzlich. Und was mir immer passiert ist, ist, dass wenn die auf 0 gestanden sind, also wenn ich gesagt habe, okay, ich habe alles richtig gemacht und tracke, dass er dann immer auf keinen gescheiten Wert kommt. Und dass sich hier nichts verändert. Bei dem Werten nicht und bei dem auch nicht. Das heißt, der hat das Refinement nicht durchgeführt. Und dann mache ich immer das, ich stelle es halt irgendwo hin. Und das animiert ihn dann immer eher dazu, was zu machen. Und wir wählen einfach mal alle aus. Ich glaube, das muss man noch nicht mal machen. und drücken Camera Motion. Schauen wir mal. 1,2. Das ist gar nicht mal so gut. Könnte aber auch schlimmer sein. Wir sehen, die Werte hat er verstellt. Das ist, glaube ich, okay. Hier, wie ich gesagt habe, der geht immer ein bisschen höher. So, dann müssen wir mal schauen, wo wir da den den Bad Guy haben. Wir wählen alle ab. Gehen dann auf Clean up. Drücken dort einen Errorwert von 1. Und er soll den selektieren. Wow, das sind einige. Da würde ich jetzt sagen, stimmt irgendwas mit der Perspektive nicht ganz. Ich schaue mal gerade, ob wir einfach mal einen anderen Anfangsframe. Weil das ist Schauen wir mal. So, die Werte haben sich jetzt noch mal ein bisschen verändert. Hier sehen wir das. Und die ist noch ein bisschen raufgegangen. Wäre das jetzt bei 0,5. Sollen wir dem trauen oder nicht? Ja, schauen wir hier oben mal in die Kurve rein. Die sind gar nicht so unwichtig. Kontrolltaste gedrückt halten, mittlere Maustaste und ein bisschen hin und her wischen. Ist ein bisschen komisch zu bedienen, das Ding. Aber hier sehen wir zum Beispiel einen Anstieg. Das könnte was sein. So, die Frage ist, welcher ist das hier, der über die Stränge schlägt? Ja, müssen wir mal reinschauen. Irgendwas ist da der da hinten. Und der hier ist der. Okay, die 30 ist es. Taste L Lock. Ja, da sieht er es aber eigentlich nicht so schlecht. Ah, oh, 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 oh. Okay. Ja, das ist natürlich klar, dass der dann einen Errorwert gibt. So. Okay. Gut, haben wir da noch? Was haben wir hier noch? Okay, das müsste der noch nicht sein. Gut, einfach ein bisschen nachbearbeiten. So, wählen wir wieder alles ab. Dann müsste der erst mal passen. So, wo haben wir noch? Irgendwo einen Ausbüchser. Da ist noch was. Was könnte das hier sein? Also, das sollte ich vielleicht noch erklären. Das ist jetzt blöd. Das habe ich jetzt die ganze Zeit vergessen. Und zwar müssen wir jetzt hier schauen. Der blaue Wert sollte normalerweise hier bei 0 liegen. Also, hier an der Seite haben wir ja die Zahlen. und der zeigt wie hoch die Fehlerquote ist, gerade in diesem Frame. Also, wenn ihr so hoch geht, dann habt ihr eine hohe Fehlerquote und die ganzen anderen sagen euch jeweils nur, das hier zum Beispiel ist jetzt ein oder der hier ist jetzt ein Tracker und der sagt, okay, der verschiebt sich um so weit nach X der Pattern oder der Tracker und hier so weit halt um Y. Das sind eben die Werte, also die jeweiligen Verschiebungswerte und die sind in der Regel alle immer irgendwie ähnlich. So, und wenn jetzt hier so ein Ausbüchser dabei ist, wo irgendwas mit der Berechnung nicht stimmt, dann lohnt es sich halt zu schauen, welcher sieht dort anders aus. Ja, also, ich würde sagen, der hier zum Beispiel auch. Habe ich natürlich wieder drei auf einmal angewählt. Schauen wir mal den. Abwählen. So, das könnten sie mal verbessern. Jetzt wähle ich den aus. Der da oben ist, ist okay. Schauen wir da mal hin. Gibt es da irgendwas? Nee, der sieht gut aus. Liegt wahrscheinlich daran, dass der einfach so weit, so viel weiter hin, unten liegt. Dass das bei dem täuscht. Okay, also schauen wir durch beim Blauen hier weiter. Das sieht alles nicht so übel aus. So, also da auf jeden Fall reinschauen. Es lohnt sich. Schalten sie ein. So, also größer ziehen. So, okay. Gut, dann. Wählen wir alle noch mal aus. und sagen noch mal, Kamera Motion. So, gut, das sieht da mal nicht schlecht aus. Mit dem Wert kann man eigentlich leben. Also, der ist nicht schlecht. und damit hätten wir das Ganze schon getrackt. So, wie setzen wir das Ganze jetzt um? Also, normalerweise empfiehlt es sich, beim Tracken jetzt noch zu schauen, dass ich hier eine Gerade finde und dort auch noch was track. Man könnte jetzt zum Beispiel hier den Bordstein nehmen, so dass man nachher sagen kann, okay, das ist die die X-Orientierung auf dem Grid, also auf unserem Raster nach, auf unserer 3D-Umgebung. Kann man sich aber auch sparen. Ich mache das immer ein bisschen anders. So, schauen wir jetzt einfach rein. Wir schauen mal hier unten und sagen, das Video, Set as Background. Dann sagen wir, Setup Tracking Scene. Und das generiert gleichzeitig auch im Hintergrund, im Compositer, die richtigen Nodes, dass ihr das nicht alles händisch machen müsst. So, dann gehen wir auf Reconstruction, machen uns jetzt hier nochmal ein Fensterchen auf. Lassen wir hier weg. So, 3D-View. Und wir sehen, er hat die Tracks generiert. So, jetzt müssen wir das Ganze noch anpassen. So, und werden jetzt hier einfach mal auswählen, ich möchte. Wenn ich das immer wüsste. ich nehme hier, erst mal abwählen, den als Origin, Set Origin. Das Ganze verlagert sich. Und ich sage, die 3 sollen die Bezugspunkte sein für den Boden. Und dann bewegt er das, je nachdem, wie ihr das haben wollt. So, jetzt kann ich hier noch die Distance sagen. Und zwar kann ich sagen, das und, das war abwählen, das und das sind 1 Meter. Dann gehe ich hier auf Set Scale. Ich kann natürlich auch noch die ein bisschen verändern, weil ich sage, hier sind eher 1,2 Meter oder 1,4. Set Scale. Dann passt das auch dementsprechend an, wenn euch das halt zu klein geworden ist oder so. Und das war es, glaube ich, schon. Aber noch irgendwas anderes. Wir könnten natürlich dann noch, ja, wenn wir jetzt hier bei den Fenstern mehr getrackt hätten, könnten wir die alle markieren und sagen Set Wall. Ja, dann würde das dementsprechend auch noch anpassen. Aber das ist normalerweise nicht notwendig. Zumindest nicht so, wie ich das mache. und das soll es dazu erst mal gewesen sein. Wir schauen uns das Ganze im Dingens an, im Default, in der Default View. Und genau, also von mir aus, ich weiß nicht, wollen wir das löschen? Lassen wir es so mal, löschen wir den Cube. So, gehe ich mal in die Kamera rein, dann in Seitenmenü und mache erst mal das Bild hier ein bisschen heller. Das ist mir immer lieber. So. Gut, das Ganze gefällt mir so von der Ausrichtung her noch nicht. Deswegen werde ich das erst mal rotieren um Set. Die Kamera, also ich bewege die Kamera und ihr seht, dass sich die ganzen Tracks natürlich auch mit bewegen. So. Ich mir jetzt recht erinnere, ist das der Mülleimer. Das sieht alles gut aus. So, wenn ich jetzt bei dem Haus was machen möchte, sagen wir einfach mal, schauen wir das gerade mal an. Das ist dann der Tracker, der Tracker, der Tracker, der Tracker. Können wir mit Shift leider nicht dazu nehmen, aber wir schauen uns das mal an. Genau. Das ist das der und der. Und dann füge ich ganz einfach mal hinzu einen Cube. So. Und setze den da mal hinten hin. Skaliere den ein bisschen. Schauen wir mal. Das ist alles, das wirkt noch nicht sehr gerade. Das heißt, wir nehmen einfach die Kamera. Ich würde euch halt echt raten, dreht immer die Kamera. Weil es geht nichts über ein gerades Achsenverhältnis. So, das hier auch ein bisschen. So, komm her. Also, das muss man wirklich sagen, wenn das jedes Mal, wenn ich da jedes Mal die einzelnen Objekte gedreht hätte, da wäre ich im Leben nicht froh geworden. den bewegen wir jetzt so, dass wir die Tracker quasi ganz knapp noch sehen. So, da verschwindet er. Das heißt, der gehört auch ein bisschen höher. So. Und dort soll er auch ganz knapp verschwinden. Gut, dann können wir das Ganze ein bisschen skalieren. und so passt das Ganze noch nicht. Das heißt, irgendwo haut die Kameradrehung noch nicht ganz hin. Schau mal, Rotate X. Das wäre es nicht ganz. Y. So, skalieren wir den noch mal ein bisschen. So. Schau mal hier. Also, die Tracker sind wichtig. Da gibt es keine Diskussion. Das muss halbwegs passen. aber ich sehe eben auch, dass diese, dass die Kameraposition so nicht hinhaut. Und zwar, wenn ich es mir von der Seite anschaue. So, genau, die schaut nach oben. Das ist das Problem. Deswegen müssen wir die runterdrehen. So ungefähr. Und jetzt nach oben mit GZ. So. das ist ein bisschen Ausrichtungsarbeit. Da wäre dann natürlich ein zweiter Tracker schon super gewesen. Aber ich sage mal, warum nicht. Wir gehen einfach zurück. Motion Track. gehen dann auf Tracking. So, dann zum Anfang des Films und fügen hier einfach noch da außen. Ich hoffe, dass der Baum sich nicht zu sehr bewegt. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. So. Locken und Action. Der Baum bewegt sich. Aber es läuft. Das sollte ganz gut funktionieren. Okay. So, wählen wieder alle aus. Camera Motion. Haben einen ganz guten Fehlerwert. Rest ist auch in Ordnung und scheint so zu sein wie vorher. Dann sagen wir wieder Set as Background. Tracking Scene. Okay. Gut. Dann gehen wir wieder in unseren Default rüber. Da haben wir jetzt ja dann den nächsten. So, das ist gut. Das ist gut. Mal Skalierung auf X und schauen wir mal. So. Gut. Dann bewegen wir die Kamera willig aus. So. Und jetzt geh mal raus hier. Das ist ja furchtbar. Jetzt müssen wir die Kamera so drehen. Das okay. So ungefähr. Das ist ganz gut. So müssen wir hier mal ein bisschen wieder in den Mittelpunkt rutschen. so. Das kann ein bisschen Arbeit sein, aber es lohnt sich. Es kann ja genauso gut auch passieren. Du hast einen guten Errorwert und nachher verboxt es halt einfach beim Anpassen. So. Ein bisschen noch. Die müssen übereinstimmen. Das könnte ich gelten lassen. Da. Ja. Ich wette, ihr habt gedacht, das wird ein spannendes Tutorial. Gut. So. Was passt jetzt noch nicht? Jetzt passen halt, na gut, jetzt passt halt was anderes nicht. Und zwar die diese wahrscheinlich hier. Genau. Da könnte man jetzt hier schauen, dass das sagen wir Rotet um Y und schauen, dass das Ganze hier gleich oben ist. Es wird. Es wird. Wir haben bloß keine seitliche. So. Und jeder, der jetzt sagt, tja, hättest du mal am Boden noch mehr getrackt, der hätte recht. So. Wir machen das ganz einfach. Wir machen uns hier noch ein Fenster auf. Ja. Quatsch mit Toze. So. Und dann haben wir das ein bisschen leichter. Wir wollen jetzt so rotieren um X. Genau. So. Den auf GZ. So. Das kann man gelten lassen. So. Jetzt wollen wir hier vielleicht noch ein bisschen Rotate Y. Und ihr seht, es fügt sich fast perfekt zueinander. so. Okay. Ja, gut. Die, das Haus scheint schief zu sein. So. Können wir es so machen. So. Ja, genau. Gut. Das heißt, wir haben das soweit getrackt und eingebunden wir wollten. Wenn ich das Ganze jetzt abspiele, dann passt das alles gut. So. Was ich jetzt gleichzeitig damit auch gemacht habe, ich habe die ganze Szene eigentlich danach ausgerichtet. das heißt, ich kann jetzt hergehen und sagen, ich wähle hier das Empty an, sag Cursor to Selected, das funktioniert natürlich wieder nicht. Dammt Axt im Wald. Gut, machen wir was anders, fügen wir uns einfach so ein Cube hinzu. So. Und haben wir jetzt hier eigentlich immer ein sehr gutes Achsenverhältnis. Also so könnte ich den Echt hier schon auf die Straße positionieren. Und das wäre alles cool. Also ich muss jetzt nicht für jedes einzelne Objekt jetzt mal schauen, hin und her drehen. Ihr habt es ja gerade erlebt. Das kann ein bisschen haarsträubend sein. Und das Problem hat man damit nicht mehr. So. Und da ist halt eben das Haus. Ganz guter Bezugspunkt. Da kann ich mit arbeiten. Und ja, das haut ganz gut hin. So. Jetzt kann ich den nämlich genauso gut wieder löschen. Habe jetzt hier meinen Cube. Sage, ja, was, was, was sage ich denn? Schauen wir mal, ob der halbwegs am Boden steht. Steht sogar ein bisschen tiefer. Schauen wir mal. So. Stellen wir den mal mehr oder weniger aufs MT drauf. Da wissen wir, das ist am Boden. Dann haut es auch hin. Okay. So. Dann schauen wir mal, auf welcher Ebene ist denn der? So. Der ist jetzt auf der Ebene 2. Das sehen wir hier unten. So. Den bewegen wir auf die Ebene 1, weil auf der Ebene 1 ist immer das, was gerendert werden soll. und auf der Ebene 2 ist immer das, was den Schatten geben soll. Den Schatten geben soll hier diese Plane. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass die halbwegs gut positioniert ist. So. Ich hätte nicht gedacht, dass das Tutorial so lange dauern wird. So. Aber es nutzt ja nichts. Gut. Wir sehen jetzt hier auch, dass die Straße leicht abschüssig ist. Das stimmt sogar. Können wir echte Vermessungsdaten machen. So. Und wenn wir jetzt jetzt was sagen wir, die Plane ist auf dem zweiten Layer. Das passt. Die ist für den Schatten zuständig. Und jetzt brauchen wir noch die in der richtigen Position. Ich mache die mal ein bisschen weiter nach hinten. So. Und das kann man so eigentlich rendern. Wir stellen mal um auf Cycles und schauen mal in den Composator rein. Das hätte ich wahrscheinlich vorher umstellen müssen. Deswegen schauen wir jetzt rein, ob das so hinhaut. Das ist okay. Das wird mir ja wahrscheinlich nicht gefallen. Schauen wir gleich mal nach dem Renderergebnis. So. Das passt. Das passt auch. Das passt. Add, add, multiply. Okay. Gut. Das sollte alles funktionieren. Das einzige, was wir noch machen, wir werden noch ein Material verteilen. Demo Material. Zack. Ja, was weiß ich. Das machen wir so. So. Dann hier einfach so weiß. So. Dann brauchen wir noch eine Sonne. Die ist hier blöd. Die Punktlampe. Das funktioniert nicht. Sun. Die werden wir einfach mal so ziemlich könnte passen. Richtung könnte auch passen. Dann Render Settings. Sampling. Ach komm. So. Und was noch wichtig ist auf Transparent umstellen. Das macht er mittlerweile automatisch seit einer neuen Version, glaube ich. Ich mache hier alle Arbeiten doppelt. Ich glaube, die Sonne gehört noch ein bisschen weiter rüber gedreht. Schauen wir mal, dass ja, die Sonne ist scheinbar auch ein bisschen zu hell eingestellt. Ja, das kurzen Moment. Sonne. Ja, Use Notes gehört sowieso noch rein. Hm. Was haben wir denn hier? So, er wird ah, er wird in Occlusion aus, damit gehe ich weg. Gut. Okay. Render Layer schauen wir gerade mal rein. Der Foreground, also das, was gerendert wird, ist das, was auf Layer 1 ist. Die Maske dafür befindet sich auf Layer 2. Das heißt, alles, was dort im Weg wäre, wird nicht gerendert. Das heißt, wir könnten den Cube theoretisch ein bisschen nach unten durchrauschen lassen, also so auf Hälfte. Und die Plane würde das dann automatisch ausblendern, weil die als ausblenden, jetzt sage ich auch schon ausblendern, weil die als Maske fungiert. Also alles, was bei der Plane im Weg ist, wird dann nicht gerendert und wird dann quasi ein Filmteil und der Background ist dann nur das und dafür kein Layer. Okay. Ja, das habe ich hier, ich habe da schon die übelsten Einstellungen machen müssen für das eine Video, was ich euch vorhin gezeigt habe. So. Okay. Rendern wir mal. Warum rendere ich eigentlich auf Prozessor? So. Ich habe noch nicht mal gespeichert. Keine Rückmeldung. Tja. Schön. Ich speichere gerade mal, Leute. Okay. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Das Einzige ist, das wird hier drüber geworfen über diese Person. So. Das würde man natürlich nicht wollen. Den müssten wir dafür tracken. Ja. Also das muss man so sagen. Was man natürlich machen könnten, BCW werden. Wir werden den ganz einfach ein bisschen tiefer setzen. Weil den ausschneiden habe ich jetzt auch keine Lust. So. Ihr könnt ja hier das Objekt reinsetzen. Das ist völlig gleichgültig. So. Dann nochmal auf GPU-Rendering bitte. Weil sonst kriege ich hier die Krise. Dann auf Full HD nicht. dann auf Performance das wie viel sind das wie viel sind das so wie viel sind das 1200 teuer und 540 okay geht auch gleich viel schneller. Hier ist ein bisschen hell. Aber streng genommen ist es natürlich richtig. Ja das ist doch gar nicht mal so schlecht. Also die Farbe vielleicht natürlich noch ein bisschen. Aber sonst könnte man natürlich auch den Camera reinsetzen. Da kann man reinsetzen was man will. Ab dem Punkt seid ihr gefragt. Wir schauen gerade nochmal rein in die Render Settings. so wechseln wir einfach mal Backdrop einschalten Viewer aktivieren und umschalten. So dann haben wir hier das Image die Alpha Maske das passt alles Schatten mit Occlusion ja ist ist okay gut dann wird das Ganze hier zusammen addiert so da könnte man jetzt hier eben noch sagen ich habe das schon mal gezeigt in dem Text 3D Text Tutorial solltet ihr reinschauen da zeige ich hier wie das Ganze nochmal funktioniert kurz überlegen das ist der die Amant Occlusion die ist eh relativ sanft den Schatten würde ich vielleicht verändern wollen und dafür werde ich das hier verändern so dann nehme ich einen add setz den hier rein so schauen wir doch mal der ist jetzt ziemlich hell kann ich jetzt hier den Schatten dunkler machen das verändert sich auch das ganze Bild dabei das gefällt mir eigentlich auch nicht so wirklich ich kann es kurz überlegen genau ja klar über den Faktor hier einfach machen wir es so die einfachsten Wege sind meist die richtigen so den ja von der Schärfe her ist der glaube ich gar nicht so schlecht gut das heißt als Ergebnis haben wir dann das hier ihr könnt dann natürlich euer Fantasie freien Lauf lassen das ist natürlich nur ein grobes Beispiel und es ging jetzt nicht darum hier irgendwas reinzusetzen sondern es ging darum euch zu zeigen wie die Tracker funktionieren und euch ein bisschen was dazu zu erzählen im nächsten Tutorial werden wir dann das ganze kombinieren also das heißt wir machen einen Kamera Track und einen Object Track das heißt wir werden eben zwei bis drei Sachen in einem Footage rendern allerdings muss ich das Video das Video erst noch aufnehmen das ist immer schwierig man braucht eine zweite Person oder irgendwie sowas und gute Lichtverhältnisse wir haben momentan durchgehend bedeckt ganz schlimm aber ich habe schon eine Idee für die nächsten Tage da schaue ich nochmal da habe ich schon eine ganz witzige Idee schauen wir mal das wird auf jeden Fall cool gut Leute dann hoffe ich das Ganze hat euch hier ein bisschen was gebracht ihr habt so viele Fragen gestellt zum Motion Tracking ich glaube ich habe die alle damit beantwortet das hier ist natürlich Käse das gehört noch gelöscht so das ist das ganz normale Preset macht euch damit ein bisschen vertraut dann könnt ihr noch ganz andere Sachen machen übers Compositing und ja jetzt kommen beim zweiten Teil geht es weiter der kommt dann in einer Woche oder sowas und bis dahin würde ich sagen bis zum nächsten Tätorio Ciao